Ja Leute, ich merkte gerade beim Einpacken des Paketes von Christian, dass ich was vergessen habe. Guck mal, ich wollte das gerade vorbringen. Da sah ich goldene Lichtlein blitzen auf den Wipfelspitzen. Geil, ne? Das sind Target Points. Das sind das Target Storm Points. In der verübelste Grip. Und die sind sehr leicht. Und ein Schleifstein. Permapoint. Made in England. Hä? Okay. Ach, wenn ich die da reinstecke, macht das dann... Schleift das dann? Ja. Es schleift. Interesting. Komisch. Okay. Jo. Das haben wir noch vergessen. Und jetzt holen wir die Big Mama. The Big Mama. Zur Storm Point Theorie will ich noch sagen, hier auf dartworld.de. Das ist der Titanium Pro. Da ist in der Mitte so eine Rille. Und die ist da eigentlich nicht drin. Und jetzt schauen wir auf die Target Seite selber. Targetdarts.co.uk Storm Points Gold Grooved. Und das ist zwar nicht die Conversion Point, aber ich würde sagen, es kommt schon ziemlich nah hin. Hier auch nochmal ganz kurz zur Übersicht. Die Surge haben quasi diese Rinne drin. Und das ist ein 30 mm Deep Cut Gold Storm Point. Also nochmal danke Christian und hier ein kleiner Ausblick auf was als nächstes kommt. Die Patrons wissen es schon. Und das ist eine sehr gute Rei. Also ganz kurz. Und dann vom Sie circa die gute Idee. Ich bin aber natürlich ganz kurz nur bekannt. Vielen Dank.